Wir haben Modeaufnahmen für den Frühjahrskatalog eines Versandhauses. Fotos in freier Natur und mit normaler Freizeit- und Geschäftsbekleidung. Allerdings haben wir die freie Natur ein bisschen präpariert. Diese Grube wird mit 5 Tonnen unserer Spezialpampe gefüllt. Die trägt einen Menschen, wenn er schnell drüber läuft, aber wenn er stehen bleibt, dann passiert das. Und jetzt das Ganze noch ein bisschen verstecken und schon können Models und Spaziergänger kommen. Unsere angeblichen Modeaufnahmen finden übrigens 100 Meter weiter im Wald statt. Aber so weit muss man erst mal kommen. Wie kommen Sie da runter? Ich verstehe das gerade nicht. Ich wollte einen Spaziergang da dort machen. Das darf aber nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Können Sie mir bitte mal erklären, warum die Jogger laufen da? Ja, möchte ich auch wissen. Und wie komme ich da jetzt wieder raus? Splish splash, I was taking the bear. Long about a Saturday night. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Well, I stepped out the jumping foot. Nein, ihr müsst da bleiben. Einfach auf dem Weg bleiben, genau. Ah, ah, ah. Spish splash. Haben Sie in Absacker zu viel getrunken? Auf dem Weg bleiben, ja? So auf dem Weg bleiben. Das ist fies, wir haben ja gesehen, dass ich da reinlaufe. Ne, ich habe gerade mal einen Apfel gegessen. Komm nicht mehr raus. Wo steht da, dass man nicht da rein gehen darf? Ja, nirgendwo. Den Weg bleiben, bin ich doch geblieben. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir einen schlechten Eindruck. Die sind irgendwie vom rechten Wege abgekommen. Sie sind ziemlich tief gesunken, muss ich sagen. Jetzt machen wir alle Wahnsinn. Warte, warte mal. Jetzt warten wir mal raus. So. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Hä? Keine. Hier, Junge, verzeihung. Ich muss noch mal verzeihung. Herzlich willkommen, in der Fernsehsendung. Na, logisch! Verstehen Sie Spaß? Ja, 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 ja.